Sie gehen zu dritt auf mich, hallo? Oh mein Gott, der hat uns gated. Du hast 5 Euro gewonnen, wuuuh! Als ob die jetzt teamen, um das Geld zu bekommen. In diesem Video habe ich jedem, der mich in 1.16 Skywars tötet, 5 Euro gegeben. Dazu habe ich in den Badline-Client-Tag reingeschrieben, käme ich gleich 5 Euro und meinen Discord-Account. Von den PaySafe-Karten ist übrigens eine übrig geblieben, deswegen schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr sie haben wollt, und ich werde es in den Post auflösen. Ansonsten, Leute, bleibt bis zum Ende dran, das Video war richtig, richtig funny. Für Daily Streams auf Twitch schaut auf dem ersten Link in der Videobeschreibung vorbei. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in-game, let's go! So, da sind wir auch, der Tag ist drinnen. Damit die Gegner es nicht so einfach haben, haben wir das Engel-Kick genommen mit dem Totem of Undying. Und hier kam auch schon direkt der erste Überraschungs-Gegner, damit hätte ich gar nicht gerechnet. Du hast einen Haken, let's go! Es stehen 5 Euro auf dem Spiel, streng dich an, los, tu es! Oh! Er will es unbedingt. Das ist Zombie-Zockt, er verschreibt mir, das ist Zombie-Zockt. Zombie-Zockt kriegt 5 Euro, wenn er uns tötet. Oh mein Gott, okay. Okay, er hat sich anlegt, let's go! Es geht um 5 Euro, Zombie-Zockt, es geht um 5 Euro. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wir werden arm! Ja, das war so close! Fast hättest du 5 Euro bekommen. Ja, nach einer halben Stunde hat sich immer noch keiner bei mir gemeldet von den Leuten, die mich getötet haben. Ich wurde eigentlich die ganze Zeit nur zerteamed. Die 2-Wir-Wand-Uns-So-Hart? Leute, ich glaub, die sehen unseren Namen. Ich glaub, die sehen das, was über unseren Namen steht, um ehrlich zu sein. Als ob die jetzt teamen, um das Geld zu bekommen. Haha! Was? Die team ja wirklich gegen mich. Doch dann kam der erste glückliche Gewinner. So, mein Freund, du siehst hoffentlich das, was über unseren Namen steht. Close. Und das war's mit dem 5 Euro für dich. Oh! Er hat uns... Oh mein Gott, er hat uns geadet. Nachdem er mich geadet hat, hab ich ihn direkt angerufen und wir sind in einen Call gegangen. Äh, hallo? Hallo. Herzlichen Glückwunsch, dass du das Geld gewonnen hast. Okay. Äh, haha. Also, du hast 5 Euro gewonnen. Wie fühlst du dich? Gut. Ich schick's dir später, ne? Jo, passt. Ciao. Tschüss, tschüss. Ja, und nachdem wir den ersten Gewinner gefunden haben, hat sich wieder über eine Stunde keiner gemeldet. Stattdessen wurde man die ganze Zeit getargetet oder man ist gar nicht gestorben. Ich war einfach nur zu krass. Da hinten ist der Big Fight. Leute, wollt ihr kein Geld? Okay. Hä? So, Tadeus. Komm. Wenn du das gewinnst, kriegst du 5 Euro. Let's go. Das war's. So, mein Freund, lies meinen Namen. Es geht um 5 Euro. Let's go. Tschüss. Er hat mich für eine Party inweitert. Okay. Was heißt das? So, er hier sieht natürlich, dass wir den Tag haben über unseren Namen. Ich hoffe, er liest es nochmal. Oh mein Gott. So, Runde 2, mein Freund. Es geht um 5 Euro. Let's go. Nein. Kollege, 5 Euro an dich, Johnny. Wieso ist hier der Mnoreax-Clan, hä? Ah, das Geldgeile. Mit ihm hat eigentlich alles ganz gut geklappt. Ich hab ihn direkt angerufen und ja, er hat direkt angenommen. Hört selbst. Hallo. Oh, oin. Du hast 5 Euro gewonnen. Wooo. Er hat jetzt auch. Ich dachte, das ist Scam. Nein, Mann. Klar. Vielleicht bin ich auch ein Scammer. Ich dachte halt wirklich, weil wer schreibt das schon in seinen RC-Tag eigentlich. Spaß, hab dich verarscht, du kriegst kein Geld. Hab ich nicht. Du bist Feuerstein. Lol. Lass ein Abo da. Ihr habt ihn gehört, Leute. Abonniert diesen Kanal, wenn ihr nichts verpassen wollt. Ich mein, 78% haben den Kanal nicht abonniert, obwohl die meine Videos schauen. Hä? Mach kein Auge. Gönnt mal. Ja, und dann kamen wieder ein paar Leute, die haben versucht, mich zu töten, aber haben es irgendwie verkackt. Er schreibt, oha. Okay. Aber ich hab viel zu schlechten Stuff. Ich hab viel zu schlechten Stuff. Nein. Er will das Geld. Er will das Geld. Er will das Geld. Er ist jetzt gierig. Er ist gierig. Er will das Geld haben. Und? Wir haben ihn trotzdem tot. Aha. Oh, oh Mann. Das tut mir jetzt wirklich leid. Er wollte unbedingt das Geld haben. Oh mein Gott. Und jetzt, Leute, kommt dieser wichtiger Typ. Dieser Fight. Ich kann mich noch erinnern. Der hat so lang gedauert. Aha. Wichtiger. Mit wichtiger Cosmetics. Komm, du willst doch safe im Euro, ha? Komm her. Fighten. Fighten. Wie ein Mann. Er will uns richtig hart haben. Er rennt uns die ganze Zeit weg. Komm doch hoch aus dem Honig. Oh mein Gott. Er will uns auch haben. Ey, wir werden so gecleant. Die sind so geldgeil, diese Leute. Schaut's euch an. Schaut's euch an, Leute. Schaut's euch an. Nein. Oh mein Gott. Er hat so viel Healing. Er hat so viel Healing. Nein, 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 nein. Oh mein Gott. Er hat anderthalb Herzen. Wichtiger. Du willst die 5 Euro? Verdienen sie dir. Was? Noch ein Healt? Er hat's. Er hat's. Er hat's. Okay. GG. Wichtiger. Du bist der Gewinner. Hol dir das Geld. Hast du's gelesen? Er hat mich geedited. Okay. Er hat mich geedited. Wieder auf Discord. Ja, er war ziemlich zuvorkommend. Er hat mich dann direkt angerufen. Er konnte es gar nicht erwarten, das Geld zu bekommen. Oh, er ruft an. Er ruft an. Hallo? Hallo? Geht. Was geht? Du hast mich gekillt? Ich hab dich gekillt, ja. Und ich kenne irgendwoher deine Stimme. Ich weiß noch grad nicht, woher. Machst du irgendwie YouTube oder so? Äh, ja. Wie heißt du? Feuerstein. Ah, fuck. Was geht? Äh, du hast 5 Euro gewonnen, Bro. Geil. Danke. Als nächstes hatten wir wieder extrem viele Teamer und Targeter. Ja, beide aus dem selben Clan und sie fokussen mich beide. Wie kann das sein? Ähm, alright. Sie gehen zu dritt auf mich. Hallo? Hallo? Leute? Und den einen musste ich einfach trollen. Was? Dann kam dieser nervige Switcher. Wirklich, wenn ihr als nächstes in Skyward spielt privat, dann kennt ihr diesen Struggle. Nein, das machst du nicht. Nein. Nein, du machst keinen 5 Euro Switcher. Okay. Seid nicht so einer. Ja, was ihr jetzt sehen werdet, das ist einfach nur dumm von mir gewesen. Aber egal, schaut selbst. GG. Er schreibt GG. Er denkt, der hat mich tot. Ah, da dachte er, er kriegt die 5 Euro so easy. Er schreibt sogar noch GG 5 Euro. Aber ich lebe noch, mein Freund. Alter, ich bin so stupid. Ich bin so dumm, ne? Ich bin so dumm. Ja, versprochen ist versprochen. Ich hab ihn angerufen und mit ihm geredet. Hallo? Äh, ja? Ja, hab ich jetzt 5 Euro gewonnen? Alter, du warst so greedy. Du wolltest mich richtig haben, ne? Ja, also, es tut mir auch leid, aber es sind halt 5 Euro. Cool von dir, dass du sowas machst. Das ist voll das Ding. Äh, GG. Ciao. Ciao, GG. Alter, was ein Typ. Da letztlich durchfahren mit allen, hab ich jedem eine PaySafe-Card im Wert von 5 Euro geschenkt. Was? 7 Euro kostet das, eine 5er PSC im Internet zu kaufen? Alles klar, ich bin broke. Statt 4, 5 Euro PaySafe-Cards zu kaufen, hab ich aber aus Versehen 5 gekauft. Eine davon geht an euch. Einfach einen Kommentar schreiben. Das war's auch schon mit diesem Video, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Like und ein Abo da und aktiviert die Glocke. Ansonsten, danke fürs Zusehen. Checkt meinen Twitter ab, atfeuersteinyoutube und schaut auf Twitch vorbei. Jeden Tag gibt's Streams. Ich hoffe, wir sehen uns im Chat im nächsten Video oder auf Twitter. Haut rein. Jeden Samstag 11 Uhr ein neues Video und ciao. Jeden Tag gibt's Streams.